Die Bewohner der Stadt sammeln dort nun seit Jahren unvergessliche Änderungen mit den Familien. Und genau deshalb ist es ja so traurig, dass das Fest in den letzten Jahren immer weniger Besucher hat. Der Gedanke darin, es komplett abzuschaffen, ist einfach grausam und er lacht, während ich das sage. Ja, denn etwas in dem Chat da ist auch sehr grausam. Ey! Das war gemein. Meine Hände werden sehr wohl an Puppengrößen produziert. Team Avatar? Was? Und so groß sind sie gar nicht. Sie ist nur so groß wie sein Kopf. Ah, sie hat mich geschlagen. Nein, Quatsch. Ah, jetzt wirklich. Liebevoll. Ja, liebevoll geschlagen. Das passiert. Nein, nein. Ich muss da gerade an so liebevolle, betrunkenen Männer denken, die liebevoll ihre Frau schlagen. Was eigentlich eine sehr traurige Sache ist. Also dementsprechend, wer mit sowas zu kämpfen hat, sollte wirklich versuchen, sich da ganz viel Hilfe von außen zu suchen. So, jetzt genug ernste Themen. Wir wünschen mal wieder. Ich muss mich meine kostbaren Erinnerungen bewahren. Das Fest muss einfach ein Erfolg werden. Alles in Ordnung mit Ihnen, Miss Lovonida. Oh, entschuldigen Sie. Normalerweise habe ich mich besser im Griff. Sie müssten sich doch nicht entschuldigen. Uns gewöhnlichen Sterblichen tut es gut zu sehen, dass auch jemand wie Sie hin und wieder die Überherrschung verliert. Als Bürgermeisterin muss ich meine Gefühle immer verstecken, wissen Sie? Und vor allem meine Meinung. Und vor allem meine Brüste. Wirklich? Ich hätte gedacht, in so einem Amt kann man seine Brüste öffnen. Ja, das ist... Wegen solcher Sprüche brauchen wir Mark hier überhaupt nicht. Vor allen Dingen, bei mir ist es ja noch gerechtfertigt. Wenn Männer sowas sagen, ist es meistens erst recht sexistisch. Ne, wieso? Mark hätte das auch gemacht. Ja, Mark. Oder ich. Oder ich. Wirklich? Ich hätte gedacht, in so einem Amt sollte man alles machen dürfen. Vor allem seine Brüste zeigen. Ja, vielleicht sind ein paar von uns ja ein bisschen zu sehr sie selbst, nicht wahr, Katz? Wildcats! Wildcats, ja. Welches Team? Wildcats! Ah, mir kommt da eine Idee. Ich würde Ihnen gerne etwas Besonderes zeigen. Oh, ja, endlich! Etwas Besonderes? Ich dachte, Sie dürfen öffentlich Ihre Brüste zeigen. Ja, begleiten Sie mich bitte kurz auf dem Balkon. Ja, genau deswegen, weil sie sie öffentlich zeigen darf, macht sie das auf dem Balkon, wo jeder gucken kann, der unten steht. So, wollen wir trotzdem mal... Wir gucken noch mal rum. Weiß ja. Ne, ist halt dasselbe Fall. Achso, ja, wir waren hier schon und haben rumgeguckt. Okay, ne, dann ab auf dem Balkon. Ja, aber das ist schon trotzdem, weil es jetzt ist ja nur der Telefon. Ja, das ist ja so richtig groß. So wie manche Brüste halt sind. Ja. Und? Wer Titten klein schreibt, das ist nicht nett. Ja? Und? Wie finden Sie die aus? Schade, dass ich das Spiel an der Stelle nicht gehackt habe, dass man das wirklich so... Ähm. Sind die Lichter der Stadt nicht einfach wunderschön? Wohin schauen Sie? Als wären alle Sterne vom Nachtzimmer gefahren und in London gelandet. Das nenne ich mal eine Aussicht. Und jetzt kiss. Man sieht sogar bis zum Festgelinde. Schauen Sie. Tatsächlich, die Festbeleuchtung ist auch herrlich. Nicht wahr? Ja, ma schade, es ist von Jahr zu Jahr weniger Licht und weniger Besuche. Ah, mein Stylus! Aber schauen Sie nur, wie viel dieses Jahr los ist. All die Leute, die das Fest über die Jahre vergessen haben, sind wieder mit dabei. Und ich bin sicher, dass es das nächste Jahr noch mehr Besucher sein werden und im Jahr darauf dann noch mehr. Eltern bringen ihre Kinder mit und in Zukunft diese Kinder dann ihre eigenen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Und deswegen habe ich jemanden in den See geschubst. Ganz genau. Indicht? In der Tat? Echt jetzt? Warum war da jetzt eine... So kurz. Ja, warum war da jetzt eine... Eine, eine, eine Cutscene nötig? Ja. Nun, tut uns leid, dass wir so viel Zeit in Anspruch genommen haben, Miss Lovornida. Wo sie doch so beschäftigt sind. Oh, das ist schon in Ordnung. Es war schön, mit ihnen über das Fest zu reden. Viel Erfolg bei den Ermittlungen. Danke. Ich glaube, wir sind der Lösung schon ganz nah. Bling! Wirklich? Super! Kannst du mich auf den Laufenden? Ja, wirklich, ey, das gibst du ja nicht. Und ich war wieder schnell. Ja, mittlerweile muss ich mich ja anstrengen, deswegen. Ja. Damit du das nicht sagen kannst. Du bist okay. Dann können wir Schluss machen. Puffa, du willst mit mir Schluss machen? Ja, aber erst dann. Nein, nein, Schatz, ich hab dich lieb. Schatz, 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 ich hab dich lieb, bitte. Ich find das voll süß, wie du dann auf einmal so in Panik gerätst. Ich hab dann immer so voll eine schlechte gewissen. Ich hab das doch nicht mal ernst gemeint. Aber toll, dass du dich so Sorgen machst. Okay, also, ja, wir hören dann mit der Aufnahme auf, wenn... Geht im Fall gelöst. Genau. Und dann machen wir Schluss. Ja. Okay, Fall lösen. Okay, Fall lösen, aber ich wollte noch hier Ereignis, Zeit mit Familie. Okay, hi, ich will. Ich hab's, die Lösung des Falls liegt auf der Hand. Welcher? Auf deiner? Was? Liegt die Lösung des Falls auf deiner Hand? Nein, anscheinend nicht. Echt jetzt? Ich hätte schwören können, dass wir uns immer weiter im Kreis drehen. Für die Lösung des Falls braucht man ein Stylus. Um weiter zu kriegen. Ja, okay. Oh, Slayton hat ein Talent dafür, komplett verloren zu wirken, während sie in Wahrheit den Fall auf ihre ganz eigene Weise löst. Also, zumindest glaube ich, dass das so ist. Tut mir leid. Ich fand nur gerade, das ist Wintys Standardprotokoll. Gehässigkeit, Beleidigung, Entschuldigung. Haha, schön. Es tut mir leid. Bei TendoCast fehlt übrigens der letzte Punkt. Achso, stimmt. Rufen wir Inspektor Hastings an. Wir müssen uns mit ihm treffen. Es ist deine Zeit, die Lösung dieses Falls zu präsentieren. Ja. Wird gemacht, Miss. Ich hole sofort meine, ähm, meine mobile Telefonzelle. Haben Sie den Fall wirklich gelöst, Kat? Na, raus damit, Miss. Slayton. Ich muss schon dem Neos die Abschlussrede auf dem Fest halten. TendoCasts letzter Punkt ist Nachtreten. Oh, keine Angst. Es wird nicht lange dauern. Wie Sie alle wissen, ähneln die heutigen Vorfälle der alten Legende der Termnose. Fast bis ins kleinste Detail. Ja, das ist offensichtlich mehr als ein Zufall. Jemand hat gezielt versucht, der Legende nachzuhaben. Ganz recht, Inspektor. Ganz recht, Inspektor. Jemand hat genau das versuchte Stimme vertraut. Tut mir leid. All right, then. Who's the culprit, Kat? I think first, Inspektor. There's something more important than identifying the culprit. Wrong. And that is how crazy you are about festivals, Mayor Loanida. Who did it's far more important than a whodunit? How? How did you know? She's right, John! John it! Wollen Sie sich erklären, Kat, oder nicht? Bürgermeisterin Loanida. Sie lieben das Uferfest so sehr, dass Sie es kaum ertragen konnten, wie seine Beliebtheit im Lauf der Jahre immer mehr schwankt, oder? Loanida hat sie gesagt, oder? Ich würde sagen, es war Loanida. Am besten bitte nochmal der Chat dazu sagen, was habt ihr gehört. Sie wird's ja... Jemand wird's ja bestimmt nochmal sagen. Oh je. Oh je. Also hat sie sie umgebracht. Wollen Sie das sagen? Nein, nein. Eine Freundin des Fests würde sowas nie tun. Äh, aber Sie sagten doch... Es war alles nur eine Inszenierung. Möglich durch die Macht und den Einfluss der Bürgermeisterin. Ah, übrigens, an den Chat, äh, die Aussprache war gemeint. Also, dass sie nicht... Loanida, sondern Loanida gesagt haben. Wingardium Leviosa. Mhm. Es war ein Teil des Festprogramms, wenn man so will. Weiter. Ja. Das ist voll falsch gewesen. Sie war es doch, hat er gesagt. Steht da gar nicht so. Sie war es doch. Ich weiß nur ungern, Inspektor. Aber ich glaube, die Bürgermeisterin dachte, sie würden den Fall nie lösen. Autsch. Ach, Catrielle. Ich sehe, Sie sind eine echte Alleinunterhalterin. Sie kann sich mit sich selbst unterhalten. Das war ein ereignisreiches Fest. Das ist mal sicher. Und erfolgreich noch dazu. Ihr. Schön, dass mein letztes Fest als Bürgermeisterin kein Reinfall war. Vielen Dank, Catrielle. Ja, es war ein Temse-Fall. Weißt du, weil... Ja, ja, los, weiter. Sie treten zurück, Pippa. Pippa? Jetzt wird's irgendwie merkwürdig. Pippa? 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 Hat sie Pippa gesagt oder Pippa? Wenn's Pippa war, dann meint sie meine Katze. Hm. Aber vielleicht hat sie auch Pippa gesagt oder Pimper. Nein. Nein, das hat sie nicht. Ja, okay. Ja, ich muss. Ich habe mein Amt ausgenutzt. Ich ertrug es nicht, dass das Fest, auf das mein Vater mich immer mit nahm, abgeschafft werden sollte. Aber ich habe alle enttäuscht. Ich verstehe. Nun, schade, dass sie gehen. Bürgermeisterin Lovoni da. Dank Ihnen hat das diesjährige Fest alle Besucherrekorde gebrochen. Es gibt nur ein Problem. Jetzt hat er wieder Lovoni da gesagt. Ja. Oh, welches Problem? Schauen Sie mal hier. Große Güte, was? Das ist ein Vorschlag von einigen Londoner Nachwuchsmusikern. Ich rufe nicht ein Frieder. Keine Ahnung, ob die das dann in der... Ich denke, in der 3DS-Version später wird's doch hoffentlich behoben sein. Ich werde das überprüfen. Mach das, weil das ist echt komisch. Ja. Sie wollen, dass jedes Jahr die gleiche Inszenierung wie diesmal stattfindet. Nur noch größer. Aber wirklich, ich meine, das ist ja... Das sind ja die Soundfiles aus dem... Äh, Dings? Ja. Aus der iOS-Version. Und auch die Texte aus der... Ja. Also muss es da ja auch so falsch sein. Ja. Sie schlagen vor, das ganze Ding das Flussfest-Musical zu nennen. Und sie wollen, dass junge Leute aus der ganzen Stadt teilnehmen. Ich... Ich kann es kaum fassen. Ich glaube, dass London Sie noch an der Spitze braucht, Frau Bürgermeisterin. Niemand liebt die Stadt mehr als Sie. Und es sieht aus, als müsste das Fest fürs nächste Jahr geplant werden. Juhu! Ich will nicht, was ich sagen soll. Ich will nicht, was ich... Ja, irgendwie sowas in der Art. Oder... Nehmen Sie mich! Weiß ich ja nicht. Weiß ich auf! Das vermisste Paar ist an diesem Abend beim großen Uferbekenntnis aufgetreten. Sie haben ihrem Publikum erklärt, was in Wahrheit geschehen ist. Das Fest war ein nie dagewesener Volk. Mehr Besuchern als je zuvor. Dies war der harten Arbeit von Bürgermeisterin Wuronida zu verdanken. Es war ein nie dagewesener Erfolg. Denn der Erfolg war leider nicht da. Tja, schade. Sieht also so aus, als bliebe das Festweite in einem Land der großen Traditionen Landens. Und ein Ort, in dem Familien gemeinsam Erinnerungen für ein ganzes Leben sammeln. Ich frage mich, ob es das wirklich gebeten hat. Ja, ich habe da auch überlegt. Das könnte man ja mal sich angucken. Also wenn es das gibt, dann würde ich das gerne machen. Ja, ich auch. Speichern! Hi! Ähm, tá. Nice!